Hallo Petros, wir sind zurück und jetzt mit einer sehr wichtigen Nachricht. Mit dem Ausscheiden wichtiger Spieler und den möglichen Abgängen von Elwedi und Itakura, wer wird die Verteidigung des Teams führen? Wenn du das wissen möchtest und alles über das Team von Gladbach erfahren möchtest, wie neue Verpflichtungen, Spielerabgänge, Verletzungen und vieles mehr, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine wichtigen Neuigkeiten zu verpassen. Mit dem Abgang von Jonas Hofmann ist die offensive Stärke von Gladbach praktisch verschwunden. Nun könnte ein weiterer wichtiger Bereich des Teams verschwinden, die Verteidigung. Das liegt daran, dass Elwedi seinen Vertrag nicht verlängern möchte und dies dem Vorstand bereits mitgeteilt hat. Zudem hat Itakura nach seiner starken Leistung bei der Weltmeisterschaft mit Japan das Interesse ganz Europas geweckt. Das eröffnet eine neue Chance für den Spieler Marvin Friedrich, plötzlich zum Chef der Verteidigung unter der Leitung des neuen Trainers Gerardo Seohane aufzusteigen. Friedrich hatte bisher keine echte Chance, da entweder Elwedi oder Itakura spielbereit waren und er auf der Bank Platz nehmen musste. Der Verteidiger hat bereits auf Instagram gepostet, wie intensiv er sich auf den Trainingsstart in Gladbach und individuelle Übungseinheiten vorbereitet. Ich glaube, dass er eine große Chance hat, diese Verantwortung im Team zu übernehmen und der große Chef der Verteidigung zu werden, den wir brauchen. Und du, Petros, glaubst du, dass Marvin Friedrich diese Position übernehmen kann? Schreibe es in die Kommentare. Bis zur nächsten Nachricht! Bis zur nächsten Nachricht! Untertitelung des ZDF, 2020